Oh, sieh dir diese schönen Blumen an! Hey, das sieht nach einer Karte aus, Dascheng! Da, Dascheng! Sieh mal, ich sehe jemanden! Kaninchen-Wiegel-Elexier! Kaninchen-Wiegel-Elexier! Arznei! Arznei! Hallöchen! Meine Güte, du hast aber einen großen Kopf! Hallöchen! Und mein Kopf ist eigentlich ziemlich klein. Gefällt dir dieser Beutel? Was ist denn da drin? Er enthält ein paar nützliche Dinge für Reisende. Im Tausch gegen ein paar Materialien gehört er dir. Geld ist nicht nötig. Komm zu mir, wenn du etwas Kaninchen-Siegel-Arznei brauchst! Print! Ja, aber nötig! 1. 2. 3. 2. 3. 4. Und dann, bitte komm wieder! Jederzeit! Komm gerne wieder Ah, Monster! Waaah! Waaah! Ja! Ja! Geh doch! Ja! Da, Scheng! Ein Dorf! Ja! 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 Monster! Ja! 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 Beeindruckend! Los da, Scheng! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Keiler-Troll und seine Lakaien sind gekommen und haben unsere Kinder entführt. Sie haben ein Lager aufgeschlagen. Sie sind im Dorf. Die Monster wollen dieses Dorf für sich selbst. Überlass das uns. Wir sind hier, um zu helfen. Ich verstehe. In diesem Fall... Seht ihr die Straße da rechts? Sie führt ins Dorf. Und ein Rudelmonster. Wenn ihr den anderen Weg links nehmt, sollten da weniger sein. Es dauert aber länger. Viel Glück. Hallöchen! Vielen Dank. Bitte komm wieder. Jederzeit. Dort sind nicht sehr viele Monster. Das Schenk! Probier es mit Kriechen! Auf diese Weise solltest du nicht so gut zu sehen sein. Monster! Das Schenk! Das Schenk! Da oben sind noch welche in anderen Farben. Das Schenk! Das war's für heute. Sieht gut aus. Ich würde sagen, wir gehen in die Hocker und schleichen uns vorbei. Ich würde sagen, wir gehen in die Hocker. 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 Das Dorf liegt auch gleich vor uns.